Aber der grünen Ton ist schöner. Dann 2,45er? Das ist eher ihr Ton, auf jeden Fall. Keine Frage. Ich muss mit irgendjemandem Wichtigen sprechen. Ich hab ein Problem. Die dreht durch. Soll der Ton so machen oder soll der Ton so machen? Soll der Ton so machen? Ich würde gerne beides hören. Sie hören jetzt schon, was passiert. Spannend, oder? Oder verrückt? Wow, das ist sehr nah, für den Audio. Ja. So, ich spiele jetzt.